Guten Morgen! Wie man sieht, ich bin gerade aufgestanden und wir wollen mal ein ganz, ganz kleines Frühstück machen. Und zwar gibt es Low Carb Kaiserschmarrn. Das Rezept findet ihr auch in unserem neuen E-Book. Ich habe es mir oft gedruckt. Die 50 besten D-Rezepte vom Designer Eichmann oder Hammer. Ich bin so begeistert von diesem Buch. Da steht ganz viel E-Book, vor allem viel Arbeit drin. Aber wir haben ja nicht viel Zeit, denn es ist morgens und die meisten müssen morgens arbeiten in die Schule, in die Uni oder sonst irgendwas. Und ja, trotzdem können wir so ein leckeres Frühstück machen wie ein Kaiserschmarrn und zwar in der Apfel-Zimt-Variante. Hier sind die Zutaten, die wir brauchen. Da erkläre ich gleich was dazu. Aber wir haben keine Zeit, deswegen direkt, ich habe hier schon mal einen halben Apfel geschnitten und dann gehen wir jetzt direkt in die Pfanne. So, dann haben wir einfach so eine Handvoll gehackte Packen. Dann habe ich hier noch von Spice-Bar Ceylon Zimt, kann ich auch ganz gut empfehlen. Und was bietet sich bei Apfel-Zimt besser an, als eine Prise Zimt darüber geben. Zum Abschluss, um die Fette eben zu erhöhen, dadurch, dass wir ja low-carb unterwegs sind beim Kaiserschmarrn, können wir ein bisschen mit den Fetten spielen. Dafür nehme ich so ca. 30 Gramm Erdnussbutter, die ist von Franky, das gibt es bei Gigas, ist vielleicht mit Zimt versetzt und hat sonst eben keine weiteren künstlichen Zutaten. Also keine Zuckerzusatz, etc. Von daher perfekt und absolut lecker. Und das war es auch schon größtenteils. Ich habe hier noch so einen Sirup, Apfelkuchen. Gibt es noch ein bisschen drüber. Aber das sind natürlich alles Sachen, die man nicht unbedingt braucht. So, und da ist auch unser Kaiserschmarrn fertig. Apfel-Zimt-Variante könnt ihr natürlich mit allem möglich machen. Mit Schoko, Cookies, alles was euch beliebt und was ihr an Flavors zu Hause habt. Das ist eben kein Muss. Ihr könnt da ein bisschen variieren. Fast keine Kohlenhydrate außer den Apfel natürlich. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Und wenn ihr weiter solche Videos wollt, wo ich ein bisschen was dazu erkläre, gerne einen Daumen hoch geben und Feedback in die Kommentare. Ja, ansonsten schönen Tag. Lasst euch schmecken. Bis dann.